Okay, ich will euch heute ein Spiel präsentieren und ich bin gerade tot. Das ist kein leichtes Spiel, besonders wenn man gegen gute Leute antretet. Es ist nicht sehr leicht, aber man kann, oh, oh, besonders wenn sie hier dumm um sich rumballern. Ja. Und da ist noch einer, den kriegen wir, den kriegen wir. Nein, das gibt's doch nicht, wieso treffe ich den nicht? Nein, nein, verdammt. Uff, ja, und ich bin tot. Und eine Granate. Mann, die werfen hier überall die Granaten rein, das ist doch total. Okay, weiter geht's. Und, ja, Scharfschützer. Wie ich die hasse. Okay, fangen wir. Oh, oh, da kommt einer, da kommt einer. Da kommt einer. Schande. Immer, immer diese Scharfschützen. Das ist, das ist nicht gerade so leicht, mit dem Scharfschützen, wenn die, ja, den kriegen wir schon. Ja, das war einer für, ja, und noch einer für mich. Oh, da kommt noch einer. Nein, nein. Oh, das war knapp, das war echt knapp. Das war knapp, das war knapp. Oh, Scharfschützer. Bei denen muss man extremst vorsichtig sein. So, wir sind aber schon gut und nah dran. Und ich wurde gerade abgeschossen. Oh, das ist gar nicht mal so leicht hier. Aber man schafft alles. Und, das schaffen wir auch. Und, der ist tot. Der war dran, schuld. Ich warte nur da drauf, dass hier einer runter springt und jetzt werfe ich Bombe. Oh, oh, scharf, verdammt. Das Spiel ist gar nicht so leicht. Besonders, wenn sie mit den Scharfschützen hier zielen. Okay. Und da ist wieder ein Ruder. Da ist, da ist er. Ding. Ja, ja. Und jetzt kommt er um die Ecke. Das ist gar nicht so leicht. Wie manche Däger. Besonders, wenn die Scharfschützen hier dazwischen gehen. Ah, das ist so nervig. Besonders, wenn man hier weniger ist. Ja, das waren Ah, Granate. Also, die Granaten sind das größte Problem. Und die Scharfschützen. Ohne die wäre das Spiel doch schon viel leichter. Ah, ich hasse diese scheiß Granaten. Immer dasselbe mit denen. Die Granaten bringen einen auf einen Schlag um. Also, das ist eigentlich... Ja, und der gehörte mir. Jetzt warten wir nur da drauf, dass einer hier von da unten... Oh, scheiße. Na, der hat mich erledigt. Und schon wieder. Scharfschützengewehre. Ja. Bingo. Erwischt. So, dann erstmal hier so ein bisschen einsammeln. Äh, jetzt ein bisschen aufpassen. Da oben ist schon einer. Sobald einer runtergesprungen kommt. Ne. Da. Ach, verdammt. Ja, bingo. Oh, da kommt einer runter. Ne, doch nicht. Ich hab gedacht, der kommt runtergesprungen. Ne, der springt hier nur. Das ist gar nicht so ein leichtes... Ach, scheiße. Da hat mich noch einer von hinten erledigt. Na, oh, na. Na, ah, verdammt. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Ah, von hinten. Okay, ich wollte euch das Spiel mal so zeigen, dass es recht gut ist. Man kann sich runterladen. Vielleicht mach ich den Link hier ja noch rein. Ich weiß es auch nicht ganz, ob ich den Link davon reinmache. Also, gut. Ciao.